Musik Wir werden heute von der Balance Fitless Lounge aus ein Pilates Training 45 Minuten anbieten, anschließend Faszientraining, ein Training das heutzutage in aller Munde ist. Und ein Training ist das wir eigentlich schon sehr lange kennen, denn das Bindegewebe wird mit jeder Art von Dehnen und guter Bewegung trainiert. Und das ist besonders schön hier am Main in der frischen Luft mit den Naturgeräuschen im Hintergrund, ab und zu einer schönen Brise und dem wunderbaren Plätschern des Mains. Bei Sonnenschein heute ein herrliches Ereignis, hoffe ich, mit vielen netten Teilnehmern, die hier gerne herkommen und jede Woche eine andere Art von Tränen genießen. Musik Musik Musik